Ja, das ist eher, glaube ich, bedenklich. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Schaden, den die Rüstung von den Jungs genommen hat, oder? Ja, also diese Granatentröcke, die ziehen... Ich wusste, sie waren zu weit. Hier war er, oder? Ja. Eigentlich ist das super assig, das hier zu machen. Und in den Kopf sogar. Ich lache mich kaputt. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und da ist er wieder. Hallo. Weitlaufen konnte er anscheinend nicht. 66? Ach, wahrscheinlich zieht er die ganzen Sachen, die man vorhin gemacht hat, zusammen bei diesem Skrapp. Ich glaube nämlich nicht, dass jemand, der critical ist, 66 überlebt. So. Weiter geht's. Okay, wer hat uns jetzt gespottet? Ich glaube, wenn wir mal hier... Ah. Dort haben wir noch einen. Den sollten die auch aus der Entfernung gut erledigen können. Und nochmal. Ja, schön. Jetzt sollte hier vielleicht noch irgendwo einer rumgelungen oder so. Ein oder zwei. Viel ist auf jeden Fall nicht mehr übrig. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, auf dich habe ich gewartet. Ha. Ich vergesse das mit 50. Glaube nicht. Hammer. 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 Ja gut, man sieht schon, sobald man ein bisschen entsprechende Ausrüstung hat, ähm... Machen die Werte gar nicht mal mehr so viel aus, was die haben. Die ganzen Boni, die wir hier kriegen durch, durch, äh... Zielfernrohre und die Laserpointer und alles und allgemein die große, ähm... Wirkreichweite der Waffe. Ups. Mh... Kann eigentlich kaum was schief gehen. Ready. Sounds good. Soldiers. Oh. Excellent. Noch einer ist da. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, muss ich sagen. What's up? Zum Glück scheint es sich hier um ein Exemplar zu handeln, das... ...mit nicht so guter Rüstung ausgestattet ist. Ah... Aber dafür auch mit entsprechender... ...Glücklichkeit. Au. Wie ist er etwas getroffen? Ob mich kann er nicht zurückschießen? Na gut, er kann zurückschießen. Ah, verdammt. Zwölf. Das hätte nicht sein müssen. Das ist jetzt wirklich etwas, was ich nicht unbedingt gebrauchen konnte. Verdammt. Ja. Schon. Einen Treffer setzen wir noch. Da ist er platt. Critical. Ja, ja. Ja, doch. Komm, du schaffst es. Ja. Sehr schön. Ja, ja. Ein anderer Typ verbutet so vor sich hin. Ja. Da kann sich Hirten denn so drum kümmern. Ja. So close by. Ich befürchte leider, dass ich nicht drum rumkomme, dass ich die nicht nochmal zusammenflicken muss. Das hat natürlich wieder einen weiteren verlorenen Tag bedeutet. Ja. Da ist etwas. Okay. Ich bin hier zurückgezogen. Wir sind geschlossen. Hinter das Haus. Okay. Wie man hier an den Blutspuren erkennen kann. Und wir hätten ihn jetzt umschießen. Nein. Alter. Ich kotze so. Ja, die Fresse halten. Einfach nur die Fresse halten. Ah. Oh, was kommt denn da an? Das gefällt mir auch gar nicht. Wir müssen ja Helikopter hin schon wieder. Was? Soll ich den halt nochmal holen. Ich kann jetzt die Sam-Zeit an, habe ich das Gefühl. Auch eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Das ist ein großer Roger, Cap. Gute Idee. Ich muss sowieso noch einen Tag mal warten. Und hier, Cap. Skyrider hier. Was sind deine Pläne für das Zähne? Und hier, Dr. von Magic macht das ebenfalls nochmal. Patient, Patient, Patient. Die beiden werden so wahrscheinlich wieder gesund. Und damit es noch ein bisschen schneller geht, damit wir innerhalb von einem Tag auch wirklich fertig werden, wäre es nochmals noch gut. Ja, Raider kann auch mithelfen. Gut. Als Arzt. Ja, Fress halt. Dafür müssen wir es jetzt aber am nächsten Tag wirklich machen. Ich hoffe mal, dass sie das Ding jetzt nicht in dieser Zeit wiedererobern. Das fände ich sehr, sehr doof. Ich hoffe nicht, geht das hier fix. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Da am fertig werden muss. Ich benutze alle Arme. Ich bin durch hier. Gut. Okay, ich bin bereit. Bereit, Ace. Sehr gut. Hier ist jetzt alles, ähm... Alles wieder auf Bereitschaft. Für den bald folgenden Angriff. Wo ist er denn? Und Lynx hat er ebenfalls noch gut gedoktert. Das hier weg. Umtauschen. Ähm... Aber ja, das hatte ich dabei, ja. Die kann ich eben noch auffüllen. Wenn ich's könnte. Kann ich aber leider nicht. Und... Und... Ich weiß nicht, ihr könnt auch noch ein Kamu-Kit mitnehmen. Ich mein, wir sind ja... Ich bin ja nicht so. Ich bin ja wirklich nicht so. Gut. Heute ist dann der Tag. Wir ruhen uns eben noch ein bisschen alle aus. Heute ist der große Tag für den Angriff. Dann wollte ich noch zum Schlafen noch ein bisschen. Gut. Okay. Du hast es. Wir fangen jetzt schon mal an. Skyrider hier. Das ist ein großer... Ich bin hier. Black Amelie. Ich bin hier, Kat. So. Support 1 wird zuerst... Transportiert. Hier hin. Ich hab mir gedacht, sowas. Support 1. Zurück mir dem Helikopter. Und... Oh, ich sollte vielleicht noch kurz... Ob ich das hier kann. Was aber so aussieht. Sieht gut aus. Ähm... Also die Munitionsvorräte von den Jungs hier aufstocken. Ja, das schaut... Das schaut machbar aus. Ja, alles sehr gut. Alles sehr gut. Und jetzt... In den Helikopter. Wir werden von Norden angreifen. Dann Have to abort. Ja. Ja.